Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Democracy for Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Setzt unser Credit Rating hoch, bitte. Rudolf Möller möchte wieder die Quoten eingeführt haben. Können wir sie ihm jetzt geben? Weiß, ich glaube, wir haben... Er ist sehr unglücklich. Wir können es im Hinterkopf behalten. Unemployment, Gras gesunken wegen unseren Sachen. Das ist großartig. Ich würde auch gerne auf die Produktivität gucken. Steigt nicht so sehr, aber... Bleibt gleich. Und wir haben wieder ein Dilemma. Positive Diskriminierung. Diskriminierung. Also, jetzt haben wir... Wir haben einen Gesetzentwurf, den wir... Den unser Minister empfiehlt. Aber wir haben gleichzeitig ein Dilemma. Wo wir ja kein politisches Kapital ausgeben. Hier wird auch gefordert, dass man Quoten einführt für die Anstellung von ethnischen Minderheiten oder anderen Minderheiten in großen Unternehmungen oder auch in Regierungsorganisationen. Da haben wir ja die Möglichkeit, das Gesetz durchzuverabschieden und... Oder wir können es ablehnen. Ich bin hier an dieser Stelle für die Gleichberichtigung. Wir sind mittlerweile in einem egalitären Land angekommen. Mit unseren ganzen Politiken, die wir gemacht haben. Dass ich auf Pass the Law drücken würde hier. Ich finde es übrigens auch ganz spannend, dass es nicht nur um Unternehmen geht, sondern auch um Regierungsinstitutionen und Organisationen. Auch da ist es ein spannender Blick, wie diese zusammengesetzt sind und welche Personen, welche Altersstrukturen, welche Geschlechtsstrukturen, welche Herkunftsstrukturen es dort in den unterschiedlichen Ebenen gibt. Ich bin immer nicht so ein riesen Fan davon, sowas in Gesetzesform zu gießen, weil ich die ganze Zeit dann wieder überlege, wie setzt man das dann um und wie kann man das dann eigentlich irgendwie beiwegs machen. Weil es in bestimmten Bereichen einfach immer noch nicht genug Leute gibt, weil bestimmte Menschen den Hochschulzugang nicht haben oder die Chance nicht haben, überhaupt in diese Position zu kommen, dass sie ausgewählt werden in diesen Führungspositionen. Aber auch da wieder, wir haben hier nur Schwarz oder Weiß und deswegen bin ich bei Pass the Law. Sehr gerne. Auch Konservative finden das richtig doof. Aber so ist das halt. So, wir behalten ihn hier im Hinterkopf. So, wir müssen Wahlversprechen abgeben. Unser Defizit ist wieder leicht gestiegen, leicht nach oben gegangen. Die Weltwirtschaft sinkt ab. Unser Bruttoinlandsprodukt bleibt gleich. Das ist so faszinierend. Und wir stehen eine Runde vor der Wahl. Ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir diesen Knick so abgewandt haben und jetzt irgendwie nur gucken müssen, dass irgendwann mal unsere Zinssätze sinken. Ja, also gucken wir uns Wahlversprechen an. Also wir sind fanatische Supporter, haben wir sehr, sehr viele Wahlversprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier, ob wir, ob es sich, ob es sich lohnt, groß mit den Wahlversprechen hier uns noch einen Kopf drum zu machen, weil unsere Zustimmungswerte sind 100%. Ja, und die meisten Sachen haben wir auch schon übererfüllt. Also wir hatten ja bei der letzten Wahl schon das Problem, dass wir nicht um 25% erhöhen können, wenn wir schon bei 80% sind. Richtig. Und insofern könnte ich damit jetzt auch gut leben, ohne Wahlversprechen voranzuschreiten. Ja, wir müssen was am Defizit tun. Wir müssen was am Defizit tun. Und ich hätte jetzt gesagt, so... Nee, das Ding ist, wir können irgendwann nichts mehr am Defizit wirklich machen, wenn das Defizit vor allem darauf beruht, dass wir so unglaublich viele Zinsen zahlen müssen. Ja. Also wir können jetzt gucken, wie wir das Bruttoinlandsprodukt irgendwie stabil halten, wir können gucken, wie wir in die Wirtschaft so investieren, dass wir davon in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, Wahlperioden, wie auch immer, auch was dafür haben. Aber irgendwann ist quasi der Hase kaputt gespart, wenn wir nicht wollen, dass es langfristige Folgen hat, negative. Das ist so ein bisschen die Wirkungslogik. Ja. Und vor allem unintendierte Wirkungen, die dann durchaus auftauchen können. Ja, ich hätte jetzt gesagt, lass uns mal etwas anfassen, wovon ich auch irgendwie ein Fan bin. Und zwar, das wäre die Erbschaftssteuer. Die ist hier sehr, sehr niedrig eingeschätzt. Ich glaube, neulich kam eine Statistik raus, dass, wie war das, 40 Prozent des gesamten Vermögens wird vererbt mittlerweile in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Ich habe manchmal auch das Gefühl, diese Debatte geht so ein bisschen an meiner Lebensrealität vorbei. Hat aber vor allem was damit zu tun, dass ich aus einem Arbeitshaushalt in Ostdeutschland komme. Und da gab es so ein paar Umbrüche über die Jahre. Und da, naja, Volkseigentum und so. Ja, genau. Ich hätte jetzt gesagt, es lohnt sich eventuell, die Erbschaftssteuer anzufassen. Ja, die Reichen mögen uns sowieso schon nicht. Das ist auch schon... Genau, aber das bringt uns kaum was. Also 1,3 Milliarden auf 1,8. Okay, 500 Millionen. Aber wir geben auch 15 politisches Kapital aus. Das ist, würde ich jetzt, Wiedervorlage diese Runde, ist gar nicht so viel Potenzial da, leider. Ja. Wo vielleicht was ist, ist die Finanztransaktionssteuer? Ja. Da... Das ist... Da müssen wir halt gucken, dass sich das nicht zu negativ auf unser Bruttoinlandsprodukt auswählen. Oh ja, sehe ich auch gerade. Ja, es hat einen direkten Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt. Ah, tja. Alkoholsteuer. Klassiker? Eine Milliarde. Aber die Armut steigt einfach mal um 4%. Ja. Wir hatten, als wir dies eingeführt haben, schon mal diese Diskussion, dass ich so auch so ein bisschen schwierig fand. Dass es sich vor allem um die Armut... Also es könnte ja das Einkommen von allen sein. Das wäre halt eine faire Darstellung. Aber so wird es halt direkt zugeschrieben zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in dem Spiel. Ja. Das gefällt mir nicht so richtig. Aber davon mal abgesehen wäre dann die Frage, ob dann, wenn wir jetzt die zu hoch machen, ob die Leute dann nicht anfangen selber zu brennen und das dann schlicht für unser Gesundheitswesen ist. Ja, einmal das und abgesehen davon, wenn wir sie so hoch setzen, sorgt es dafür, dass der Gewinn, den wir dadurch bekommen, auch immer niedriger wird, weil der Alkoholkonsum stark zurückgeht. Also lassen wir das einfach so stehen und fröhliches Trinken. Also nicht ganz fröhliches Trinken, aber hat Spaß. Ich hätte vielleicht drei eingesetzt, um 250 Millionen zu bekommen. Ja. So. Hier könnten wir noch gucken. Achso, nee, das ist die Grundsteuer. Ob wir da noch so ein bisschen Steigerungspotenzial haben. Gar nicht schlecht. So ein Tucken für 1,5 oder 1,3 Milliarden. Finde ich gut. Und wir haben halt auch die Einkommenssteuer runtergesetzt. Also insofern ist es halt wieder so ein Element, das so ein bisschen vielfältiger auszudifferenzieren. Ja. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Tja. Hier hätten wir noch die Willensteuer. Ist so eine Sache. Ja, eine Milliarde könnten wir drauflegen. Ja. Ja, das können wir machen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die Leute mit viel Geld auch nicht zu sehr abschrecken. Nicht, dass die uns wieder abhauen und dann die Investitionen in unserem eigenen Land runterbringen. Hier sind wir wieder bei den Sozialleistungen. Wir geben 2,5 Milliarden aus für Lebensmittelmarken. Runtergehen, das liegt aber daran, dass wir in anderen Bereichen super viele Förderprogramme haben. Möchtest du runtergehen oder möchtest du es abschaffen? Ich würde runtergehen. Ich würde es nicht abschaffen wollen. Weil dafür haben wir, also wir haben nicht mehr so wahnsinnig viele Leute, die es betrifft im Land. Und ich würde eher runtergehen. Um 900 Millionen würde ich dann runtergehen. Auf dieses Level. Das klingt doch gut. Gibt es noch irgendwas, was wir tun können? Ja, was mir eingefallen ist, der Nationale Business Council könnte man hochsetzen, um das Bruttoinlandsprodukt langsam auch nochmal zu boosten. Ein klein wenig Ausgaben. Ja, das finde ich gut. Aber, ja, es ist 0,3%. Aber für 100 Millionen ist das nicht schlecht. Es dauert halt auch eine Weile. Ja. Aber ich finde es trotzdem grundsätzlich gut. Insofern klar. Und dann hatten wir noch das Trade Council. Wo ist das denn? Das wäre vielleicht auch eine spannende Sache. Hier. Ach, das haben wir schon volles Mett hochgesetzt. Wegen International Trade. Gibt es bei der Produktivität noch irgendwas, irgendeinen Regler, an dem wir spielen können? Oder sind wir da so langsam ausgereizt? Ich gucke mal. Produktivität. Adult Education Subsidies. Und der Mutterschutz würde ich jetzt nicht anfassen wollen. Nee. Der technologische Vorteil, den wir immer noch haben. Hier könnten wir durch Technologieförderung noch was tun. Oh, und der hat auch einen direkten Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Dann lass uns das doch ein Stück hochnehmen. Wenn wir eine Milliarde erhöhen, bekommen wir minus 0,9 Arbeitslosigkeit und Produktivität um 1,1 Prozent. Für eine Milliarde ist das nicht schlecht. Sollten wir da vielleicht sogar mehr machen. Ich würde sogar fast mehr nehmen. Wir wissen ja, dass die Weltwirtschaft irgendwann wieder hoch geht. Also wir können gerade nichts anderes machen, als uns darauf vorbereiten. Also 1,4 Milliarden mehr. Wir bekommen minus 1,3 Arbeitslosigkeit und Produktivität geht um 1,6 Prozent hoch. Finde ich super. Ja, ich auch. Gucken wir mal weiter. Was gibt es hier noch? Tja. Working Week. Ach so, das ist ein Effekt, den wir auch nicht beeinflussen können. Workers on Boards. Ja, das ist die Arbeitnehmervertretung. Ja. Hat halt einen kleinen negativen Impact auf die Produktivität, aber wir können jetzt hier nur ein bisschen nachregulieren. Also ich glaube, das wäre auch das, was ich tun wollen würde. Also ein bisschen nach unten regulieren, aber auch wirklich nicht abschaffen oder irgendwie so. Ja, ist ein Prozent mehr Produktivität, wenn wir es etwas runternehmen. Ja, das finde ich gut. Gerade eben hatten wir 1,3, oder? Bei der Entscheidung davor. Ja, genau. Ja, dann haben wir doch jetzt schon locker 4,5 Prozent Produktivität mit den letzten drei Entscheidungen. Ja. Zugewonnen. Also das finde ich super. Ja, also wenn ich jetzt auf nächste Runde klicke, dann sind wir direkt bei der Wahl. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich auch interessieren, was ihr denkt, wie viele Nichtwähler am Start ist. In der letzten Wahl hatten wir 21 Prozent Nichtwähler. Ich glaube, wir sind jetzt wieder ein bisschen hochgegangen. Ich würde sagen, wir bekommen 28 Prozent Nichtwähler. Ich bin gespannt, was ihr im Chat schätzt. Also gehen wir in die Wahl rein. So, ich habe gesagt, 28 Nichtwähler. Rumi, was würdest du schätzen? Ich sage 40. 40 Nichtwähler. Ich habe keine Ahnung, warum. Keine Begründung. Okay. Boah. Ich bin sehr knapp. Ja. Respekt. Danke, danke. Wir haben wieder absolute Mehrheit. 100 Prozent der Stimmen, obwohl wir in einer nationalen Schuldenkrise stecken. Wir Sozialleistungen zurückgefahren haben. Das hat nur dazu geführt, dass 5 Prozent der Wähler zu den Nichtwählern gewandert sind. Die anderen Parteien bieten keine Alternativen anscheinend. Ich bin traut. Für so eine Demokratie. Tja. Ja, wir haben keine Gegenwehr. Das stimmt. Im Chat wird gesagt, keine Gegenwehr. Ja. Tja, wir können jetzt uns unserem Kabinett widmen. Hier einmal umsonst Leute austauschen. Bevor es dazu kommt, dass wir unser Kabinett neu sortieren, möchte ich gerne kurz der Physik genüge tun. Kanalpunkte wurden ausgegeben von Horstie und da sage ich doch Dankeschön und würde ein bisschen was zur Physik erzählen. Ich habe schon was über die Geschichte des Atommodells gesprochen heute und diese Physik dreht sich auch um geschichtliche Entwicklungen, die ich sehr, sehr spannend finde, die mich überhaupt erst in meinem Studium darauf gebracht haben, dass wie physikalische Erkenntnis oder Erkenntnis der Wissenschaft an sich, wie wichtig das ist, sich da mal die geschichtliche Entwicklung anzugucken. Das ist so hängen geblieben, weil uns der Prof in der Einführung in die Physik 2, also das, was man im zweiten Semester als Physikstudent hört, eine interessante Geschichte erzählt hat. Da haben wir Thermodynamik behandelt und er hat davon gesprochen, wie es war, als man den Wärmebegriff fand bzw. ihn eingeführt hat. Also, vor Beginn der neuzeitlichen Naturwissenschaft im 14. Jahrhundert gab es schon einen Begriff, der sich mit Temperatur und Wärme auseinandergesetzt hat. Allerdings wurde erst im 18. Jahrhundert ein verlässliches Thermometer entwickelt. Das heißt, man konnte da erst tatsächlich quantitativ irgendwas messen, was mit Temperatur oder mit Wärme zu tun hat. Aber der Begriff Wärme stammt schon irgendwie aus 1300 irgendwas. Dann, ab 1750 konnte man mit der sogenannten Kalorimetrie Gleichgewichtstemperaturen nach einer Mischung von Stoffen bestimmen. Nämlich konnte man halt eine bestimmte Form von Wärmezufuhr, da gab es auch noch nicht einen richtigen Energiebegriff. Der kam erst damit auch erst auf, aber da wurde der Begriff der Kalorie geprägt. Eine Kalorie, ich meine, die meisten kennen das irgendwie aus der Ernährung oder sowas. Eine Kalorie ist die Wärmezufuhr, die die Temperatur von einem Gramm Wasser um ein Grad Celsius erhöht. So ist Kalorie definiert. Also, und daraus ergab sich ein Haltungssatz, abgegebene Wärme, aufgenommene Wärme. Weil tatsächlich, wenn man einen gut isolierten Behälter hat, kann man sehr gut und interessant Temperaturen mischen. Ich weiß nicht, wer vor dieser Herausforderung stand, beispielsweise eine Anwendung aus dem täglichen Leben. Wenn man einen Wasserkocher hat, der einfach nur 0,1 hat, also einschalten oder ausschalten und nicht eine Temperatur einstellen lässt und man sich eine Wärmflasche machen möchte. Und eine gute Temperatur für eine Wärmflasche wären 50 Grad oder 55 Grad. Damit verbrüht man sich noch nicht, aber es sorgt für einer wohligen Wärme im Bett beispielsweise. Das kann man mit einem Wasserkocher ganz hervorragend machen. Man macht einen Liter heiß in, einen Liter heiß auf 100 Grad und schüttet einen Liter Leitungswasser hinzu. Leitungswasser ist in der Regel so 10 Grad ungefähr über den Daumen. Und damit erhält man 10 Grad und 100 Grad, wenn man das dann ausrechnet, erhält man 55 Grad warmes Wasser. Das heißt also, ein Liter Wasser kochen, ein Liter Wasser, kaltes Wasser aus der Wasserleitung hinzu, sollte zu einer guten Temperatur für eine Wärmflasche führen. Lifehack. Aber diese ganze Diskussion, dass man was herausgefunden hatte, wie Wärme und so weiter funktioniert, da gab es dann natürlich auch Theorien darüber, was Wärme überhaupt ist. Und da wurde ein Wärmestoff postuliert von Antoine de Lévoisier und er hat das Calorique oder Caloricum genannt. Also Franzose, Caloric oder Lateinisch Caloricum. Der Wärmestoff sei unvergänglich, unerschaffbar, unwägbar, durchdringe jedes Stück Materie und bestimme halt den Wärmeinhalt von etwas. Und es hätte so etwas wie eine Flüssigkeit, also den Charakter einer Flüssigkeit. Er meinte natürlich nicht etwas, was man dann als reine Flüssigkeit haben könnte. Stellte sich halt später raus, dass das nicht korrekt ist, weil Wärme ist tatsächlich die Bewegung von Teilchen in Material. Aber da er das postuliert hat als Gedankenkonstrukt, um die Wärme besser zu verstehen, war das so, um 1850 war das. Da gab es halt auch schon so, dass die Öffentlichkeit sich interessiert hat. Es gab halt das Bildungsbürgertum und so weiter und so fort. Und er hat diese Theorie nach vorne gebracht, nur als Gedankenkonstrukt. Aber es gab dann eine Zeit, wo Leute es als unhygienisch empfanden, sich auf warme Stühle zu setzen. Weil Herr de Levoisois die Theorie hatte, dass Wärme eine Art Flüssigkeit ist. Und wenn man sich auf einen warmen Stuhl setzt, hat man sich ja quasi in die Wärmeflüssigkeit anderer Leute reingesetzt. Und deswegen galt das als unhygienisch. Das war kein langer Trend, aber tatsächlich gab es diese Überzeugung. Und Wärme und diese ganzen Begriffe wie Wärmemenge, Wärmeenergie und spezifische Wärme, die heute noch in der Physik benutzt werden, kommen aus dieser Theorie heraus. Weil es gibt zwar jetzt das genaue Wissen, wie Wärme genau funktioniert, dass es nur Bewegung von Teilchen ist untereinander, dass so Wärme vermittelt wird, aber dass es keine eigene Flüssigkeit ist. Trotzdem stammen diese Begriffe aus dieser Theoriebildung, wo Wärme tatsächlich eine Art Flüssigkeit war. Und kurze Zeit dachten die Menschen, dass es unhygienisch ist, sich auf warme Stühle zu setzen. Das war die Physik. Okay, wir haben eine Person, die sagt, ja, es ist unangenehm, sich auf einen warmen Stuhl zu setzen. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Der Herr Levoisier hat nicht, also der hat das als Theoriebildung benutzt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er das nach vorne geschoben hat, dass das als unhygienisch gilt. Ich kenne das nur als Geschichte, dass die Menschen das daraus geschlossen haben. Ich weiß nicht, ob er so auch darauf kam, aber ich finde die Art und Weise, darüber nachzudenken, so wie du das gerade getan hast, eine durchaus spannende. Also ich finde, irgendwie würde es mich dennoch interessieren. Denn mir geht es auch so, ich finde es tatsächlich ein bisschen unangenehm. Und ich kann nicht erklären, warum. Also es gibt keine Begründung dafür, nicht mal ansatzweise. Also, aber ich finde es einfach manchmal unangenehm. Okay, Horst, die sagt, er findet es auch nicht gut. Ich habe, also ich habe tatsächlich, ich finde es eigentlich ganz angenehm, sich auf einen warmen Platz zu setzen, besonders wenn es mir kalt ist. Hm, interessant. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also habe ich auch noch nie mal die Meinung von anderen eingeholt. Finde ich jetzt gerade spannend. Es geht auch nicht um so einen, also keine Ahnung, im Auto, wenn der Sitz schon so vorgewärmt ist, dann geht es immer noch. Aber so bei, oder so an der Ofenbank, so ganz klassisch. Also wir hatten früher, als ich noch klein war, hatten wir einen Ofen in der Wohnung oder im Haus. Und es war super angenehm, sich da so draufzusetzen und ranzusetzen. Aber es ist eine andere Wärme vom Gefühl her als die von, auf einem Stohl, auf dem jemand anders gesessen hat. Es gibt überhaupt keine Begründung dafür. Ich finde es total spannend. Hm, Corona-Zeiten wird jetzt auch gerade angemerkt. Ist das vielleicht auch so eine Sache? Ja, wir sind gerade noch mal deutlich weiter sensibilisiert für Hygiene-Fragen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, ein warm gesessener Platz nicht der große Infektionsherd an sich. Wenn da ein Mensch saß, der keine Maske trug, ist das noch mal eine ganz andere Sache. Aber ja, die ganze Corona-Geschichte lässt uns über solche Themen vielleicht auch noch mal anders nachdenken. Aber das ist auch ein spannender Aspekt, finde ich. Was ich auch seltsam finde, und da komme ich jetzt gerade erst drauf, weil das auch im Chat kurz gesagt wurde. Ich bin jetzt irgendwie am Umziehen und deswegen auch viel mit dem Auto unterwegs gewesen in letzter Zeit und sowas. Auch über weitere Strecken. Und was ich halt tatsächlich sehr unangenehm finde, ist, wenn du auf einer Raststätte einfach mal auf Klo musst und du setzt dich und du merkst, dass die Brille noch warm ist. Das finde ich auch sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass ich irgendwelche Hygiene-Bedenken hätte, sondern einfach nur, hier hat gerade vor einer Minute noch jemand anderes gesessen. Ohne, dass ich jetzt unterstelle, dass der besonders unsauber war. Aber das finde ich auch tatsächlich unangenehm. Also einfach nur der Fall, dass ich die Wärme noch spüre. Mhm. Spannend. Hier sind wir auch bei Menschen. Wollen wir uns mal unserem Kabinett widmen? Gerne, vor allem bei unserem Wirtschaftsressort. Äh, Economy. Mhm. Sie ist nicht sehr glücklich. Ja, Kapitalisten, ethnische Minderheiten. Eigentlich eine gute Gruppe. Eigentlich schon, allerdings, auch wenn wir wahrscheinlich auf dem Kompass super viele kapitalistische Sachen gemacht haben, würden die uns immer noch nicht. Oh ja, auf dem Kompass möchte ich auch auf jeden Fall gleich mal drauf gucken. Äh, ich auch. Ich freue mich auch schon drauf. Ich glaube, wir sind super hart liberal kapitalistisch gefahren. Ja, wahrscheinlich. Also Ilse König. Allerdings in meiner Wahrnehmung. Ja, ja, in meiner auch. Aber ich bin gespannt, was der Kompass dann sagt. Also, 0,8. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine bessere finden, aber im Prinzip kostet es auch kein Kapital. Wir könnten sie wieder nehmen. Und danach den Herren für Public Services. Den einzigen Mann, den wir haben. Aber Ilse König. Gewerkschafter und Liberale, haben wir die sehr verärgert. Eigentlich nicht. Ich bin auch überrascht. Ja. Ja. Also Gewerkschafter, glaube ich, mal so ein bisschen. Ja, das stimmt. Und Transport, Liberale und Eltern. Wenn wir da jemanden finden, der besser reinpasst, können wir da durchaus mal gucken. Klar, wir können sie auch. Wir können sie ja wieder nehmen. Also Ilse Keller, äh, nee, äh, Julia Keller und Ilse König hatten wir da. Ähm. Also. Gucken wir mal. Also erstmal Economy, Minister of Industry. Da würde ich dann... Ich glaube, wir müssen nochmal ganz, ganz kurz auch die Rolle der Minister eingeben, warum wir die jetzt auswechseln. Ja. Weil wir wechseln die natürlich nicht aus, weil die nicht 100% unserer Meinung sind, sondern wir wechseln sie nicht aus, weil sie notwendige politische Kapital mitbringen, das uns hilft, das Land so zu gestalten, wie wir das gestalten wollen. Genau. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ja. Loyalität gibt es sehr viele, die einen höheren Wert haben, aber nicht so viele, die, äh, die auch Economy wollen. Das heißt, die haben weniger Effektivität, wenn wir ein neues Gesetz da einführen oder auf die Gesetze generell. Weil, da hätten wir jetzt höchstens noch Ortrud Plenzdorf, die bringt nur 1,2 mit, aber das wäre immer noch mehr als, ähm, wo ist sie denn? Äh, Ilse König. Das Gute an der Ilse König ist, dass sie uns, also dass sie einerseits schon relativ erfahren ist und auf der anderen Seite auch, ähm, im Wahlkampf gut ist. Das könnten wir jetzt sagen, jetzt sind wir erstmal eine Weile nicht im Wahlkampf, es könnte uns egal sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, und, äh, Patrioten und Kapitalisten sind jetzt nicht die besten Sympathiegruppen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Absolut. Und da hätten wir jetzt ja noch Ilona Schuster, die hat Autofahrer und Liberale, äh, Kapitalisten und ethnische Minderheiten, hm. Sie hat auch, ich glaube, die hatten wir schon mal, als, äh, und ich hätte jetzt gesagt, Liberale und Autofahrer ist vielleicht einfacher, als wenn wir Kapitalisten mit dabei haben. Ja, ja, das weiß ich nicht, ähm, die Autofahrer machen wir nicht viel, aber wir machen inzwischen auch nichts mehr gegen sie. Genau. Dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen sie. Okay. Okay. Dann haben wir Public Services, Public Service Minister. Auch mal nach Loyalität sortieren. Da hätten wir eine gute Kandidatin, äh, mit Carolin Pfeiffer. Umweltschützer und Gewerkschafterinnen. Und ich glaube, dass sie Entwicklungspotenzial hat. Oh ja, hat sie. Das könnte mir gefallen, ja. Die, äh, Frau würde ich gerne einladen. Und sie kann ein bisschen Kampagnen. Okay. Dann nehmen wir sie. Und Transport. Auch wieder nach Loyalität. Oh. Konrad Seidel. Kapitalisten und Eltern. Mit ein bisschen Erfahrung. Kann auch noch werden. Ja, und Julia Keller wäre hier unten. Liberale und Eltern. Kapitalisten und Eltern. Da finde ich tatsächlich den Herrn Seidel ganz spannend. Sonst haben wir auch wirklich ein reines Frauenkabinett. Also erstens ist er besser aufgestellt. Ich sehe mehr Entwicklungspotenzial. Und als dritter Punkt, ich finde es, wenn wir da noch einen anderen sehen. Okay, dann nehmen wir Herrn Seidel. Jo. Ja. Okay. Dann haben wir wieder ein Kabinett, was uns, äh, einiges an politischem Kapital liefert. Oh, und wir haben einen internationalen Literaturpreis bekommen, wodurch unser Tourismus nach oben rast. Plus zwölf. Endlich mal wieder ein positives Ereignis. Das ist großartig. Und ansonsten nix. Ich würde hier direkt mal auf die Arbeitslosigkeit gucken. Die ist weiter gefallen. Das ist super. Nicht so stark wie vorher. Ähm, ja. Defizit 200. Oh. Wieder leicht gestiegen. Aber unser Bruttoinlandsprodukt bleibt, obwohl die Weltwirtschaft absackt, bleibt gleich. Also es ist eine, es ist unglaublich. Irgendjemand könnte mal unserer Credit Rating bitte, damit das besser wird. Meine Fresse. Äh, nicht kompetitive Wirtschaft geht wieder ein Stück weit runter. Naja, wir sind immer noch volles Mett in der Schuldenkrise. Und unsere Notfall-Sachen, Energy Powers, sind immer noch da, weswegen wir mehr politisches Kapital bekommen. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da. Und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei Twitch.tv slash Andere Lampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.